Wenn dieser Augenblick der Selbstrealisation geschieht, wenn wir verstehen, dass wir nicht das falsche Selbst sind, das ist nicht wirklich das Ende. Weil wie lebt man das danach? Und das zu leben ist nicht so einfach. Und wenn wir nicht vorsichtig sind, dann können wir wieder re-identifiziert werden mit diesem falschen Selbst. Das hängt davon ab, wie tief wir in dieses falsche Selbst verloren sind. Wenn die Anhaftungen zu dem falschen Selbst ganz gekappt wurden, dann ist es einfach so. Aber wenn es noch Anhaftungen gibt, dann ist es möglich, dass uns diese Anhaftungen wieder zurückziehen. Da gibt es so eine Grauzone. Da gibt es immer jemanden, der wirklich ganz tief in die Selbstrealisation reingefallen ist. Aber es gibt eine Menge Leute, die so einen Einblick haben. Das ist so etwas, was die Zen-Leute Satori nennen. Und es ist unklar, wie viel Anhaftung noch bleibt. Wenn das ein wahrhaftiger Augenblick der Selbstrealisation ist, dann gibt es keine Frage. Dann ist es eigentlich ziemlich einfach, jeden Augenblick zu akzeptieren. Und auch wenn ich es vielleicht nicht akzeptieren möchte, weil ich eine andere Vorstellung habe, es wird sich einfach so entwickeln. Aber eine umsichtige Aufmerksamkeit ist vonnöten. Weil es immer die Möglichkeit gibt, sich wieder zu verwickeln. Das ist ein wahrhaftiges Aufmerksamkeit ist vonnöten. Schöne Wasser wrestling schon mal. bandit Sie will ja auch immer wieder ein finden. Sec.